Hey Leute, Neostrixx hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Tektopia. Heute besorgen wir uns einen Droiden, der dann dafür sorgt, dass unsere Miner niemals die Steine ausgehen. Und ja, ich hab na Offcam wieder ein bisschen weitergebaut, ein bisschen optimiert und ja, das alles seht ihr in dieser Folge. Wenn du neu bist und mich noch nicht kennst, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Video. So Leute, ich zeige euch als erstes mal, was ich hier ein bisschen optimiert habe. Ihr seht schon, hier war ja so ein kleiner Tümpel, den habe ich auch mal zugestopft. Ich habe die Bäume mal mit den Setzlingen, die habe ich mir aus dem Lager gemobst von den Villagern, die habe ich mal bis hier zu den Gehegen ausgebaut. Die alten Gehege habe ich hier, die waren ja hier in dem Bereich abgerissen. Und die Schweine habe ich dann schon mal hier in deren Gehege gebracht, wo sie auch rein sollen. Und ja, hier ist auch schon der Merchant. Dem würde ich mal kurz... Oh ja, Lapis würde der kaufen. Okay, ich weiß noch nicht ganz... Der kauft wieder Eiche. Das ist auch nicht schlecht. Ja gut, Angebote von ihm sind in Ordnung. Und auf jeden Fall, das habe ich soweit gemacht. Hier Bäume, das ist soweit eigentlich das Einzige. Und wir schauen mal. Wir wollen natürlich auch gleich eine liebe Zaubermagierin haben. Und hier ist noch ein Herzchen. Das können wir mal eben wieder in unser Haus bringen. Und jetzt werden wir mal direkt schauen. Ich glaube, wir lassen den Droiden oder die Droiden erstmal in... Ja, wir lassen... Wir bauen kein neues Haus direkt für sie, sondern... Oder für ihn, sondern wir lassen sie einfach hier ins Vierbettenzimmer einziehen. Hier wohnen ja Koch und Schlachter momentan. Und wir haben ja noch zwei Plätze frei. Und ich würde sagen, den Baden können wir hier noch einziehen lassen. Und eben auch die Droiden oder den Droiden. Ich würde auch mal eben ins Lager gucken, wie es da aussieht. Erztechnisch ja, okay. Acht Gold haben wir hier drin von unserer lieben... Von unseren lieben Minarbeiterinnen. So. Okay. Die Wolle mobse ich mir schon mal. Ich weiß nicht, so ganz kauft der auch Baked Potatoes? Ich glaube schon. Da mobse ich mir die auch einfach mal eben weg. Was können wir noch nehmen? Wir haben noch mehr Wolle hier drin. Okay. Eier können wir auch noch reinschmeißen. Und die roten Beete brauchen wir auf jeden Fall auch. Karotten lasse ich erstmal drin. Wir nehmen nur das, was wirklich dann überflüssig ist. Okay, die Scheren von denen sind wahrscheinlich auch bald wieder gone. Das heißt, das wird echt mal gut zu sehen, wie dann mit dem lieben Schmied das Ganze läuft. Und wir haben die 5 Stacks Wolle voll. 5 Stacks an Eiern haben wir auch voll. 5 Stacks rote Beete haben wir ebenfalls. 2 Stacks Baked Potatoes haben wir. Ich würde aber allerdings echt sagen, wir warten noch, bis wir wieder Eiche an den Tradesman. Ne, nicht Tradesman, an den Merchant verkaufen. Weil momentan verkauft der, oder eher gesagt, kauft der die ja nur für den halben Preis. Ist noch nicht so der gute Deal. Und was ich so mir gedacht habe, wir haben ja hier das Zweierhaus, wo unsere Meinerinnen drin hausen. Und auf jeden Fall hätten wir hier auch gut noch Platz für ein zweites, ja, 2 Zimmer, ne, 2 Bettenhaus. Würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Wir haben ja noch gut Platz bis zur Dorfgrenze. Bis wo geht die? Bis hier. Okay, da passt noch einiges rein. Also Wohnhäuser können wir gut hier reinhauen. Und ich würde mich auch gerne mal dafür interessieren, wie sieht es eigentlich mit den Weizen aus? Wir haben kein Weizen, soweit ich sehe, hier drin, oder? Ne, ich würde mal eben sagen, eine Farmerin kümmert sich nur um Weizen, damit wir da sicher sind. Ich habe ja auch hier noch nebenan so ein zweites Haus für weitere Farmer gedacht, das hier. Da könnte man eigentlich sagen, da lassen wir wirklich auch Farmer einziehen, aber jetzt noch nicht, sondern ein bisschen später erst. Und ich würde auch sagen, wir nehmen komplett einen Farmer, der dann immer die Felder behakt, die hier dann kaputt gehen. Also einen einzigen, der dann nur die Felder behakt. So, aber ich würde jetzt... Ach, was ist hier denn? Alles klar. Spawnt da einfach ein Skelett auf dem Dach. Immerhin kein Zombie. So, wir gucken mal eben, dass wir da ausgeleuchtet bekommen. Das Skelett tut den Dorfbewohnern ja immerhin nichts. So, einmal Licht. So. Also, was ich eigentlich machen wollte, ich wollte gucken, wie viel Amo-Welds wir noch haben und wie viel wir noch kaufen. Okay, Droide wird direkt hier erster Slot, kostet 16 Stück. Und wo haben wir die Amo-Welds hier? 16 Stück brauchen wir. Ist jetzt nicht so toll, dass wir dem jetzt hier wieder geben müssen, aber dafür haben wir Droide. Der Droide kann aber nicht nur die Gänge von den Minenarbeiterinnen wieder auffüllen mit Stein und prozentualer Chance auch ein paar Ärzte. Deswegen, wir müssen nicht zwangsweise runter auf Dia-Ebene, könnten wir natürlich, um auch Save-Dias zu bekommen. Aber ich habe nochmal ein bisschen nachgelesen. Bei den Minern ist es so, auch wenn die hier auf Höhe 27 sind, ist ja nicht die Dia-Höhe. Und auch eigentlich nicht die Goldhöhe, aber die bauen ja hier einfach die Steine ab. Und mit einer gewissen Prozentzahl bekommen die eben auch bestimmte Ärzte aus diesen Blöcken halt raus. Also, wir müssen nicht zwangsweise wirklich da Ärzte haben, sondern die bekommen Ärzte halt auch so zufällig. Was wir natürlich machen könnten, ich habe Eisenerze oben, einige. Vom Runterbuddeln habe ich vieles gefunden. Da könnten wir theoretisch denen das einfach hier vor die Nase reinbauen. Das würde gehen. Und dann bauen die die ab, dann ist es Villager-Erz. Aber würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil ich will halt nicht die ganze Zeit immer eingreifen müssen. Wir müssen halt einfach dann schauen, wenn wir wirklich Eisen dringend für die Villager brauchen, dann kann man ja mal eine Ausnahme machen. Aber so von Haus aus würde ich jetzt sagen, wir lassen es erstmal dabei, dass wir die Villager alleine arbeiten lassen. Was wir jetzt eben mal machen, ist auf jeden Fall die Nacht vorspulen, damit wir wieder mal ein paar Nomaden in die Finger bekommen, um da mal einen zum Druiden zu befördern. Und was ich auch irgendwie gemerkt habe, dadurch, dass unser Dorf so hoch skaliert ist, also dass es halt so groß ist, ist halt nicht so dafür gedacht, dass man so riesige Abstände zwischen den einzelnen Gebäuden hat. Haben wir halt wirklich auch, wenn die Farmer jetzt alle in die Bibliothek gehen, geht natürlich Arbeitszeit von denen verloren. Das heißt, was auch gut wäre, wäre einfach mal die Bibliothek zeitweise außer Betrieb zu nehmen. Aber ich würde erstmal schauen, wie sieht das denn mit dem Skill-Level. Ach ja, und er hier, der braucht immer noch eine Axt. Und es hat sich immer noch nichts geändert. Craft Wooden Axe. Wir machen es mal aus, gehen aus seinem Inventar raus. Und jetzt schauen wir mal wieder rein und machen es wieder an. Und jetzt gucken wir mal, ob er sich eine macht. Weil eigentlich sollte er es machen. Aber stattdessen ist er hier am Rumtanzen. Warum ist die Frage? Wir lassen ihn jetzt erstmal da stehen. Und wir gucken mal, Normaden. Wo sind Normaden? Da ist der Merchant. Und ich würde ihm gerne, vielleicht kauft er ja ein paar Eier. Hatte ich richtig im Kopf. Aber andersrum, der kauft, der verkauft uns Baked Potatoes. Ach nee, hier. Zweieinhalb Stacks Baked Potatoes. Das wäre schon lässig. Eier können wir dem geben. Steaks habe ich, glaube ich, nicht. Wir können ihm rote Beete geben. Okay, das ist schon mal gut. Wir traden jetzt mal eine Runde. So, mein Lieber. Du kaufst uns jetzt Eier ab. Da ist zwei eigentlich der höchste Preis, was geht. Mehr habe ich da noch nicht für gesehen. Da sollten wir schon gut was rauskriegen. Ja, zehn MOLs ist in Ordnung. Und jetzt rote Beete, mein Freund. Da haben wir dann schon wieder 30 MOLs gekauft heute. Das schmeckt auf jeden Fall. So, vier Stück noch. Perfekt. Und wo ist der Typ? Ach, hier hat er unsere XP hin. Guckt euch mal diese XP-Spur an. Wie so eine Schnitzeljagd, so ein bisschen. So, da ist auch noch eine XP-Kugel. Da keine Nomaden hier am Start sind, würde ich mal sagen, wir spulen einfach mal den Tag eben vor. Dir gefällt das Video soweit? Gut, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Freue ich mich sehr drüber. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. So, neuer Tag, neues Glück, Leute. Wir haben den Merchant schon entdecken können. Nur leider wahrscheinlich wieder keine Nomaden im See. Oh, ja, Wolle können wir dem gleich geben. Und wo bist du, Merchant? Da bist du stehenbleiben. So. Und erste Wolle, zweite Wolle. Das wird aber auch richtig fett jetzt, ne? Wir haben jetzt schon über 30. Jetzt haben wir 65 Amoils gemacht. Sehr gut. Aber so wie es aussieht, werden wir den Tag auch wieder vorspulen müssen. Ja, weil keine Nomaden am Start sind. Schade eigentlich. Aber ich habe eine gute Idee. Wir gucken mal unten dem Miner zu. Oder besser gesagt den beiden Minern. Okay, 7 Kohle. Und wir sehen, sie können die einfach mit der Holzpicker abbauen. Und was ich auch gemerkt habe, wir haben ja schon Golderze im Lager drin. Das heißt, bei den Minern ist es egal, ob die mit Holz oder Stein abbauen. Die können einfach alle Erze abbauen. Das juckt die gar nicht. Aber wir als Spieler, wir müssen da natürlich... Oh, jetzt wird wahrscheinlich Nacht. Oder besser gesagt, wir müssen wirklich als Spieler dafür sorgen, dass wir mit den richtigen Werkzeugen abbauen. Sonst bekommen wir ja nichts. Und hier ist irgendwie Cobblestone in den Wänden. Ich vermute mal, dass es auch von den Minerinnen, weil die haben hier die Erze natürlich abgebaut. Und hier neben sehen die... Oh ja, über mir ist Kohle. Hier ist auch noch Kohle. Und dann haben die wahrscheinlich einfach mal weggebuddelt. Und das dann aufgefüllt wieder. Okay. So Leute, nächster Tag. Leider regnet es. Ich weiß nicht so ganz. Eigentlich müsste der Merchant trotzdem hier rankommen. Aber es sieht nicht danach aus. An morgen. Wieder mal der nächste Tag. Wir schauen und halten mal Ausschau. Da ist der Merchant. Aber wieder keine Normaden, wie es aussieht. Schaut mal Leute, hier sind doch Normaden. Drei Stück. Die haben sich aber ein bisschen verspätet. Was? Okay, der wäre geboosteter Droide. Hat aber nur sieben Intelligenz. Wie sieht es bei dir aus? Okay, 13 Intelligenz. Bade 6. Farmer 9. Und bei ihnen, werte Dame, 16. Ist eigentlich klar. Da nehmen wir sie, ne? So. Dann zauber uns mal einen wunderschönen Minenschacht. Warte. Die soll keine Crops und keine Trees wachsen lassen. Wir haben ja hier sowieso jetzt genug Bäume rumstehen. Das, also da brauchen wir niemanden, der da die wachsen lässt. Und Felder sind auch groß genug. Und jetzt beobachten wir mal die liebe Rosmornstar bei ihrer Arbeit. Ach, Moment. Sie braucht noch ein Bett. Ja, das machen wir gleich. Wir wollen jetzt erstmal schauen, was sie in ihrer Arbeitszeit so macht. Oh, hier sind Herzen. Holen wir mal kurz wieder ab. Hier ging wieder was ab in der Nacht. Okay, wenn sie jetzt erstmal sich das Dorf anschaut. Machen wir mal eben das Bett. Wir stellen es hier hin. Bett wurde erkannt und jetzt müsste es belegt werden, oder? Ja, sehr gut. Droiden hat ihren Schlafplatz. Jetzt schauen wir mal eben, wie sieht's denn aus? Ist sie in der Mine unten? Ist sie hier? Nein. Nein. Aber beide Minenarbeiterinnen sind hier. Schauen wir mal. Oh, hat sie gerade ein Level abbekommen, oder was? Wahrscheinlich. Eisen und Kohle hat sie. Und wir sehen hier, wo sie die Cobblestone-Teilchen hingeballert hat, ist Erz gewesen. Und was hat die andere gute Dame? Nee. Sie hat bisher noch nichts. Und die Picke ist gerade passend kaputt gegangen. Aber sie hat Eisen gefunden, habe ich gerade noch gesehen. Aber was macht die Droiden? Wo treibt die sich rum? Da kommt sie. Geht sie jetzt in die Mine, ist die Frage. Ist erst Mittag. Das heißt, sie müsste eigentlich... Ja. Ja. Okay. Verfolgen wir sie mal. So, jetzt mach deine Arbeit. Komm. Jawohl. Oh yeah. Wer hört... Der Sound ist auch übel cool gemacht. Jetzt schauen wir mal hinten rein. Komm. Zauber weg. Oh, da haben wir es gesehen. Jetzt gucken wir mal, ob sie auch Erze da reinpackt oder nicht. Wahrscheinlich ist es so gemacht wirklich, dass nur diese Wahrscheinlichkeit von den Minerinnen da das beschränkt. Wir können ja eventuell auch noch von der Ebene, wo wir jetzt sind, war ja Höhe 27, glaube ich. Wir können ja noch weiter nach unten gehen. Mal schauen. Aber wir sehen auf jeden Fall. Ja, jetzt hat sie Hunger nachgetan, der Arbeit. Und da macht sie auch schon weiter. Sehr cool auf jeden Fall. Ja Leute, sie hat sogar auch jetzt ihr Bett gefunden und jetzt wohnt sie mit Koch und dem lieben Schlachter hier zusammen. Nur irgendwie ist das ein bisschen doof mit der Falltür. Ich würde mal sagen, wir ersetzen die Falltür mal eben durch Treppen. Ja Leute und damit bedanke ich mich auch herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und nicht vergessen den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.